hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünfelder land wir können endlich mal wieder geld verdienen ich weiß zwar noch nicht ob ich den raps an den jürgen verkaufen soll oder ob wir den in den handel verkaufen ja klar was los sie Das ist nur ein Stück Mann. hey nichts los nichts los Ach ne, seit wann geht denn das? Habe ich ja noch nie mitgekriegt. So, jetzt aber. Habe ich mal, dass hier genügend Raps runterkommt. Ah, warte mal, kann es nicht sogar sein, dass der Diesel was braucht? Das wäre doch ne Idee. Wiese. Jo, Volker hier. Hey Volker. Äh, ich habe gerade mal eine Frage, äh, bräuchtest du Raps oder Soja? Äh, ja, ich gucke mal eben. Ich meine, dass sie sich Schweinchen auch fressen. Ja, das fressen sie auch. Ja, weil ich bin gerade am Raps ernten und ich habe noch ein Feld mit Soja. Was willst du denn? Äh, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie viel du haben willst. Ähm. Und was du haben willst, beides oder nur eins? Äh, nur Sojabohnen. Okay. Dann mach mal ein Angebot. 5.000 Liter. Wie viel? 5.000 Liter bräuchte ich. 5.000. Nee, schenk ich dir. Das lohnt sich nicht, da eine Rechnung zu schreiben. Ja. Bring ich dir dann vorbei, wenn es soweit ist. Gut, danke dir. Bitte, tschö. Tschö. Wie läuft's im Wald? Franz? Ja. Ganz gut. Okay. Dann ist er gut. Äh, der Jürgen hat die Paletten abgeholt, ne? Äh, ja. Ja, habt er. Müssen wir mal gucken, äh, wie viel wir da jetzt, wie viel haben wir denn da noch vorrätig? Jetzt. Äh, warte, ich schau. War, äh, leere Paletten, circa 19, glaub ich, 19 Stück, glaub ich. Ja, das stimmt. 4.000 hat eine. Äh, dann sind's... Ja, drei, vier Stück. Also 19.000 Liter sind drin, oder was? Ja. Ja. Okay. Sind da noch Bretterpaletten drin? Äh, ja, ich glaub, da sind noch ein paar drinnen. Okay. Dass man gleich wieder nachproduzieren, weißt du? Ja. Sonst, ähm, kriegt man irgendwann wieder ein Defizit. A Bretterpaletten. Na, Bretterpaletten bei der Leerpalettenproduktion, ob das da drin ist. Bretterpaletten sind keine mehr. Oh, dann müssen wir da aber welche reinschmeißen, als nächstes dann. Ja, kann's ja machen, wenn du dann das Holz runterfährst. Kannste Bretterpaletten drüben reinschmeißen. Oder einen rüber liefern. Bretterpaletten werden bei der... Wo werden die produziert? Segewerk. Okay. Hm, da fährt der Diesel. Geiste. Jetzt kommt die... capac passt! Ups. Ich hab gleich voll. Jo, ich bin jetzt schon am ersten Vorgewende durch und tanke schon mal ab. Wenn ich runterfahre, soll ich den Frontlader mitnehmen? Was soll ich denn da lassen? Nehmen mit, weil der Pachtwald ist ja dann sowieso aufgelöst. Vielleicht machst du erst noch ein paar Hakschnitzel, bevor du runterfährst. Weil wie gesagt, am Sonntag läuft die Pacht los, das ist bald. Sonst läuft uns die Zeit davon. Okay. Okay. Volker Varuna, hallo. Hallo, Varuna. Ah, gut, dass Sie mal einrufen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass das Austauschgerät schon vor... Ja, ich hatte es Ihnen ja auch noch am Abend gebracht. Mhm. Und ähm... Genau. Gut. Interessant, dass Sie sagen Austauschgerät. Beziehungsweise halt das neue Gerät. Oder das, was... Ich habe gar kein neues Gerät verlangt, gell? Ja, oder das, was Ihnen Ponsor halt gegeben hat. Ja, aber die können mir doch nicht einfach ein neues Gerät hinstellen. Das hätten Sie mit mir absprechen müssen. Ähm, ja, also das ist... Ich weiß nicht, ob es ganz neu ist, beziehungsweise es hat sich dadurch... Die haben da so ein Update gemacht, da ist nur ein neues Einbauteil drin. Und ähm... Das ist jetzt irgendwie... Also äh... Und da haben die ein paar Software-Updates draufgeladen. Und jetzt äh... Soll der wohl ein bisschen besser funktionieren. Ne, das mag sein. Aber ich habe meinen damals extra auf mich konfigurieren lassen. Und der hat jetzt nur so eine scheiß Standardausstattung. Also was die da gemacht haben, kann ich eben nicht sagen. Da müssten wir nochmal nachfragen. Ja, können Sie mal bei Ponsor nachfragen? Ja, nur die sind zurzeit äh... ziemlich beschäftigt. Also es könnte ein bisschen dauern. Mhm, darf gerne dauern, aber... Ich würde halt gerne mal wissen, was der gekostet hat. Äh, und so weiter und so fort. Ja, ja. Weil äh... Ein individualisiertes Fahrzeug kostet natürlich ein bisschen mehr, wie so ein Standard-Pilett-Palette. Ich glaube, der war ein bisschen günstiger sogar. Könnte sein, dass die dann auch noch eine Gutschrift bekommen. Ja, eben. Ich hatte nämlich auch einen Haufen Ärger mit dem anderen Modell. Ja, wegen Ausfall und so. Ich bin ja froh, dass ich ein gutes jetzt... Wenn das sich bewährt, der Schneider testet das gerade. Ja. Wenn sich das bewährt, dass es läuft, dann ist alles gut. Aber ich finde es schon ein bisschen frech. Das ist kein Kundenservice, den ich mir von so einem Fahrzeug wünsche. oder von so einem Hersteller wünsche. Ja, die sind halt zur Zeit, also... Das ist leider so, dass die manchmal... Das ist... Leider hat man irgendwie bei jedem Hersteller mal Glück, mal Unglück, äh... Und... Deswegen... Und... Also ich, äh... Frag da nochmal nach. Jo. Machen Sie das mal. Ja. Und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja... 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 Ich muss gerade überlegen, ob ich noch irgendwas von Ihnen... Ah, nee, ich glaube, wegen dem Ponce wollte ich mit Ihnen quatschen. Genau. Okay, nee, dann best. Dann gehen. Ja, dann. Tschüss. Tschüss. Wie macht sich denn der neue... Alte... Neue Ponce? Ja, ganz gut. Ja, dann ist gut. Ich hoffe mal, dass die merken, dass sie einen Fehler gemacht haben. Einfach so ein neues Fahrzeug hinstellen ist nicht so die feine englische Art. Hätten wenigstens Bescheid geben können. Ja, finde ich auch. Vielleicht kriegt man ja wieder gut was zurück. Das wäre... gut. Ein zweites Feld in Besitz wäre auf jeden Fall lecker. Ja... Also langsam müssen wir mal da, dass wir mehr Geld generieren. oder irgendeine Produktion noch kaufen. Ich wäre für die Fischzucht oder für die Metzgerei. Ja, wie gesagt, mit der Fischzucht kannst du im Moment nichts anfangen. Ja... Da bräuchte ich... Da bräuchte ich noch... Abnehmen. Abnehmen. Ja... Und die Metz... Metzgerei... Wäre auch etwas... Weil... Dann hätte Krönfeld erlernt das eigene Fleisch. Wüsste nichts mehr recht importieren. Ja, aber wir müssten halt sehr günstig ankaufen. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Vielleicht für den Anfang, aber erst mal ein bisschen teurer wird mit der Zeit. Ja... Das Problem ist, wir haben... Äh... Ja... Die Verkaufspreise sind nicht so gut. Und dann müssen wir sehr günstig produzieren. Und also... Selbst wenn das Fleisch... Also wenn wir die Rohware, die Schweinchen oder so für 500 Euro ankaufen. Dann machen wir eigentlich schon Verlust. Weil ich hab halt... Wir rechnen ja unsere Paletten gar nicht mit rein. Unseren Arbeitsaufwand. Stimmt. Wer hat das gesagt mit den 500? Äh... Ich bin der Meinung, dass das so sein müsste. Ah... Also dann würde man... Zwar Gewinn machen, aber nur weil wir die Paletten und so nicht verrechnen. Aber der Schweinebauer hat gesagt, dass wir uns hier nicht unter 500 oder über 500. Ne, ne, das war nur meine Rechnung. Den ruf ich nachher mal noch an. Und der Kuhbauer und die... Der Schafbauer wäre ja auch noch. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir eine Kuh für 500 kriegen oder ein Schaf. Das glaube ich nicht. So liebe Leute, aber ich nutze mal jetzt die Synchronisierung, die jetzt natürlich wieder vorbei ist, wenn ich gerade sagen will. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, das gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.